willkommen zurück beim landwirtschaftssimulator wir sind auf meiner range und fällt a ist abgeerntet und ich habe die trecker nicht aktiviert den mähträchtig aktiviert ja den lade ich jetzt mal gerade selber ab weil den trecker der was machen sollte den habe ich dort von der hauswand gepflückt der hatte wahrscheinlich keinen bock mehr und ist schon die wände hochgegangen so jetzt muss ich mal gucken genau da wird geerntet da wird geerntet also müsstest du jetzt hier rüberfahren und hier ernten allerdings muss ich mal gucken fällt die drescher zwölf minuten quatsch zwölf meter muss man gucken lange der brauche kurs laden drescher zwölf meter fällt die was ist das schon wieder offen habe ich noch zugemacht so du wirst feld d machen genau erster wegpunkt und du brauchst wie lange sagst mir ernsthaft und jetzt klappst du wieder auf dann spezialexpert 31 minuten ok 31 minuten so da kann ich dich einfach auf feld d umschulen tschüss du weißt schon, der ist da drüben, ja und ich besorge mir einen Trecker haben wir hier noch irgendwo ein rumstehen da ist einer und hier ist auch der kleine Ladewagen schön wendig weißt du was, das machst du selber nie wie lange würde ich ihn jetzt dafür brauchen ja, würde zu lange dauern wenn ich jetzt selber mache ich würde sagen, ich werde hier die Ränder nacharbeiten genau dann würde ich sagen, lädst du einen Kopf ein und zwar aufladen, Feld A abladen Hauptsilo Feld A Kurs laden Drescher zwölf Minuten so gut starten tust du am lasten Wegpunkt das wäre hier viel spaß siebzehn minutenbraucher er fährt also schneller als die 25 minuten okay ah, dann haben wir endlich Stroh ich hoffe, dass das Stroh eine Weile hält so wo fährst du hin ach, du machst das Gras sehr gut sehr gut was machst du warte mal hier ist jetzt ein Sorgum ausgegangen habe ich noch Sorgum? kann ich dir von dir aus gar nicht sagen theoretisch sollte ich keins mehr haben nö kein Sorgum mehr gut dann deaktivieren so ähm Mischration genau du brauchst Stroh sobald hier Stroh reinkommt bringe ich es rüber aber ich wollte jetzt gucken ob ich noch Futter habe nämlich hier da Futterfabrik 2 ist das, wa? ja gut ähm Kühe ja wie viel? fahr mal zweimal also du wirst von Futteranlage 2 Kuhstallfutter zweimal holen danke so und jetzt sollte ich hier langsam wieder aufnehmen das heißt ich müsste hier Gras hinbringen so ah der wird schon entladen sehr gut so was machst du gerade warte mal stopp ich leite dich um wie viel sind da drin 35.000 hälfte ist ja 17 also so so ja hier war Feuer mal jetzt muss ich mal selber gucken so das ist die 1 genau die hat jetzt wieder ein bisschen stroh die 2 ist voll ist die drei einsatzbereit silage gras mineralfutter ja okay dann geht das erst mal in die 3 so dann schalte ich zwar erst mal aus und die drei an futterproduktion läuft wo wo da geht schon meine hand habe hier kann ich auch gleich hier nicht direkt auf der linie liegt einsammeln das jetzt eine eigenständige linie ist weiß ich nicht aber ich nehme sie jetzt sicherheitshalber weg ja da du bist noch was schief also ich werde hier einiges nacharbeiten und beim stroh muss ich diesmal genau sein weil ich auch schon das müssen jetzt wieder durchs jahr bringen So. So. Ich brauche mehr Traktoren. Und wenn ich jetzt noch die Ladewagen los schicke. So. So. Alles klar. Wo fährst du hin? Ach, du fährst ihn entladen. Okay. Hier läuft alles. Und jetzt gibt es keine Probleme. Na gut, auf das bisschen kann ich verzichten. Ich habe genug Gras. Und jetzt kann der einfach so rumfahren. Muss ich rangieren. Perfekt. So muss es sein. So muss die Ernte laufen. Wer bist du? Ach ja, richtig. Futter. Du hast von da abgeholt. Und fährst jetzt die erste Ladung rüber. Sehr gut. Wer blockiert dich hier? Ja. Das zum Thema. Alles ist toll. So will ich es sehen. So funktioniert es. Ich bin richtig froh, dass ihr hier arbeitet und selbstständig zurechtkommt. So. Jetzt. Ach so. Ja, der macht sich ja jetzt. Ja, bloß ich hab dir doch mal gesagt, du sollst auf dem Feld parken. nein vier modi wechseln nur beladen ach so b und entladen ja ja rotierend wechseln nicht für standard ordner nur wenn ordner verwechseln aktiv fruchtumfahrung ja naja gutes so fährt er weiter ja da kann ich wieder starten ok jetzt habe ich die schon zum dritten mal in der hand muss ich mal gucken ob hier salat ich bringe mal eine ladung salat rüber habe ich übrigens dazu entschlossen aber beide zu beladen und rüber zu bringen weil ich ja so die dann auch direkt so erst kriegst du 16 paletten salat und jetzt kriegst du salat 32 paletten sehr gut und Da kommt die nächste Ladung Stroh. Und ich brauche noch einen Trecker. Ich werde nämlich ein paar Strohballen wieder als... Hier, Ballen machen und einlagern. Weil die sich im Dienst besser machen. Im Schweinestall. So, warte mal. Stopp, halt mal an. Du kommst in den Schweinestall nicht rein, richtig? Du kommst in den Schweinestall nicht rein. Oder? Oh doch, der könnte passen. Warte mal, die Schweine nicht noch Futter? Äh, Stroh? Ja, die haben noch mal welches. Erledigt. Ihr kriegt keins. Nicht einen müden Halm. Aber ihr kriegt welches. Und die haben jetzt auch wieder Stroh. Und die Milchmusik. Okay. Dann kümmere ich mich jetzt um die Milch. Und die kann ich mitnehmen. Ach, das sind über die Ecken, wo er entladen hat. Den kann ich mitnehmen. Wie weit waren jetzt so? Ah, die Kurven muss ich mitnehmen. Und hier in der Kurve. So. Okay. Ah, ja, richtig. Hier hat er angefangen, ist dann hier rübergefahren. Genau, und ist bis hier gekommen. Alles klar. Hab Spaß. Ich bräuchte noch einen leeren Trecker. Den habe ich noch. Aber den brauche ich für Wasser und Milch. Wie viel Wasser haben die Kürte? Ja. Da fülle ich jetzt Wasser auf. Okay. Lade den Container dort ab und mache dann die Milch. Dann läuft es, würde ich sagen. Anhalten, bremsen. Und hier, den hier muss ich andersrum abstellen, weil ich hier nicht noch wenden muss. So, Milch. Mal gucken, wo ich loswerde. Ah, die haben wieder aufgefüllt. Okay, so, hier, Milch, Milch, ja, ja, zu wenig, was kriege ich denn für die Milch? Milch, 1100, ah, hier, also sind ja meine, Johnsons, 1168, 1200, ist meine, war, ja. Also Johnsons Farmers Marcus, 1168. Ach, da steht ja noch auf Johnson. So. Hab Spaß. Stroh, Stroh ohne Ende. Apropos Stroh ohne Ende. Was hatte ich eigentlich hier unten gesät? Das ist Feld K. Ach, da ist Sorgung drauf. Da ist Sorgung drauf. Ja, perfekt. Drei fette Sorgungfelder. Und die werden fertig im... August? Nächsten Monat. Ha! So. Was mit dir? Ah, okay. Wunderbar. Oh, warte mal. Ich hab doch hier noch einen. Das kann ich mit dir machen. Wir können uns schon um Ballen kümmern, mein Freund. Wunderbar. Ey, gut. So lange gemäht wird, das ist eine blöde Idee. Wie weit ist die Graswalze? Das ist doch hier die Graswalze, wa? Ja, das war dieser Superroller. Grasroller. Grasroller. Wie weit seid ihr hier... Äh? Da. Ah, okay. Dann werde ich hier nämlich einen Grasroller machen. Gut. Dein Farmer bitte zu Feld K. Ja. So, du hast den Salat abgegeben. Sehr gut. Ja. Das hier werde ich nicht verhindern können. Dann müsste ich ja wieder alles von der Hand nacharbeiten und alles. Du wirst entladen? Er ist angekommen bei Farmers Market. Ja, äh, hier. Mist. So. Achso. Abladen. Ähm. Kuhstallmilch aufladen. Zu. Farmers Market Paletten. Zweimal. Da sind 30 drin. 300.000 habe ich. Kannste viermal fahren. Ja, da habe ich immer noch genug Milch als Reserve. Wie viel hat der zweite Kuhstall? Der hat 80.000 Milch. Könnte ich also auch zweimal fahren. Hehehehe. Gott braucht der lange. Bing. 32.000. Ja, cool. Würde ich sagen. Versuch's. Du musst entladen werden von... Ähm, du bist er. Ah, da kommt ein Entlader. Ja. Wir müssen jetzt gleich noch um die Ecke kommen. Hier rum, zack, tralala. Ding? Ja. Ding. Kommt gleich. Und hier kommt die nächste Ladung Stroh. Komm, den übernehme ich wieder. Den bringe ich jetzt gleich wieder oben ins Futter. So. Hopp. Hopp. Äh. Ja. Ihh. Ich will dich abladen. So. So. Hopp. Ich habe die jetzt falsch gemacht. Ich habe die doch jetzt abgeschaltet. Und ich will jetzt hier Stroh reinkippen. Bin ich jetzt so blöd? Hier, Stroh, ja. Ich fahr mal runter, fahr mal wieder rauf. Und jetzt lade Stroh ab. Hm. So, und jetzt kriegst du was. Genau, Stroh. Und der hat jetzt wieder Platz. Das heißt, ich kann ihn auch aktivieren. Oh, der hat Mineralfutter. Alles klar. Oh ja, die haben alle keine Mineralfutter. Der hat noch. Also die beiden brauchen Mineralfutter. Ach so, auf der Seite. Und weiter machen. Die Kühe haben Stroh. Die Produktionslaufen. Und ich kümmere mich mal mit meinem. Wo ist mein Lirschen? Oh, du bist fertig? Warte mal. Weißt du was? Ich mach die gleich richtig voll. Pass auf. Du wirst noch. Einmal. Ja. Du wirst auch einmal mit Station holen. Wenn es hier nämlich ganz voll. So. Und ich nehme jetzt die Lirsch. Und kümmere mich um die. Ähm. Mischratzen. Also um die. Um das Kraftfutter. So. Dann würde ich sagen. Dann machen wir. Dann werden wir dann gleich im nächsten. In der nächsten Folge. Weitermachen mit. Zack. Einmal voll. 16.000 Liter. Bis dahin würde ich sagen. Hier ist Arbeit auf allen Feldern. Also danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut. Genießt die Tag. Und vor allem. See you later.